Herzlich Willkommen auf YouTube, liebe YouTubes, bei Guacamele 2 Folge 11 mittlerweile. Wir haben gerade heroisch gekämpft und feig gewonnen. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Weiter geht's. Wie sieht es aus auf der Map? Ah, falsche Richtung. Falsche Richtung. Wui! Oh, das ist wie der Wand. Ah je, ah je. Darunter, Sliden, langsam. Okay. Das war einfach. Ja. Oh, da sind die Blauen mit Daschen. Werfen, werfen, werfen. Ah, Mist. Hast du? Ja, unabsichtlich. Ah, für die falsche Taste. Werfen, werfen. Ah, falsche. Warum? 35 Kids, Mist. Gut. Aber Mann hier mal kriegt. Mani, mani, mani. Nein! Huh. Ich muss da echt so gut ziehen. Ganz nach rechts, weil das wird's Uppercut. Okay. Okay. Mist. Ja. Ein Flash. Falsche Taste. Das gibt's halt. Das gibt's halt. Sluggen. Oben und Y. Okay. Ja. Oder so. Hm, okay. Runter wird's wahrscheinlich egal sein. Ist das rechts hier wieder? Eine Mauer. Was noch nicht geht. Wuiuiui. Woah. 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 Entschuldigung. Aber das sind wenigstens alle... Okay. Auf derselben Ebene. Was? Was? Der auch noch da? Boah. Da kann man nicht stehen bleiben auf der Wand, oder was? Das ist ein bisschen gemein. Hau aus du hin und ich gleich raus ins Geld. Ja. Was? Woah. Gott sei Dank. Ich blieb erst dahin. Ah, schau. Da hätt man auf die Grunde gehen können. Ah ja. Und von unten slaggen. Ah! Okay, warte. Ach so, gehst du unten weiter? Ja, oben kommst du nicht drüber. Das ist ein schräger Antik, aus dem ich anhört. Ah, ah. Wie hier ist drin? Ich hab jetzt mal wieder raus. Weg, das brennt. Ja. Was? Ah, der lebt noch. Bin ich? Also tot. Oh je. Ich slage ihn von unten, warte. Mist. Komm runter. Warte. Ich weiß nicht, ob das noch nicht gut seht geht. Seja. Oh ja, wenn man nicht direkt dann sprint. Wenn er... Ich mein nur das Führteint hier. Zuerst kaputt machen. Zuerst. Ach. Das ist doch alle weg. Naja, ich bin's gut. Aber das ist praktisch, weil du kannst nämlich wiederbeleben. Oh ja. Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach. Das ist bloß der gute Zeltier. Okay, das war mal der und jetzt müssen wir uns konzentrieren. Komm. Ich will nicht jetzt. Hu. Was hast du da? Gut! uvbekam, ist die Schadtskiste. Achso, muss man runter rumwinden. Hehehe! Oh, mein Herz. Herzteil. Was ist das? Sammle Herzdrohensinnung. So was sind die mittlere. Also, inzwischen sammle Golddrohens und sammle Maskendrohensinnung. Was? Wo bist du drin? Da oben. Da links. Okay, da drüben sie rumkann. Oh, du kannst da nicht hin. Okay. Und jetzt umschalten. Mensch. Wow. Okay. Uppercard und dann... Was? Genau. Ah! Das muss man mit den... Mist. Das muss man mit den unten mit den Tasten machen. Warum? Okay. Okay. Mist. Mist. Jemand darf es noch nicht brauchen. Was? Ah, gut. Ah, gut. Musst du unten mit dem Steuerkreuz machen. Sonst nie so grad rüber. Oh, ja schon wieder. Wie? Seh Gaktus? Seh Gaktus? Gut, spielen wir erstmal Salvor das Spielchen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der Diebstahl des goldenen Eis das echte Ziel ist. Und wir sollten nicht mehr lange sein. Oh, 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 oh. Ja, der schaut aus. Ich schwöre auf den Käfig, der mich einst gefangen hielt, dass ich meine Mission für nichts erschwenken setze. Ja. Erst recht nicht für diesen neurotischen Ducador. Er sollte mal ein Blastbonbon lütschen. Manchmal bist du einfach viel zu nett. Cacuari. 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 Okay. Cool. Viel Spaß. Also. Ähm, Entschuldigung, ist es nicht, dass wir hier Pläne schmieden? Naja, schmieden sie nicht. So, da kann man mal rauf, wenn man möchte, und da geht's auch noch weiter. Und da ist Schirm und zack. Ah, genau. Und da geht's weiter. Ja, da kann man noch nicht. Mist. Ja. Warte, schauen wir. Was? Da müssen wir hin. Okay. Nein, dort. Ah, ein bisschen raus. Das ist das Ziel, oder? Das sind wir. Da, wo? Da. Da, rechts. Hm, hm. 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 Man weiß weiß nicht genau. Schauen wir jetzt erstmal da rechts. Das ist aber auch kein Uppercut-Ding, gell? Das ist der ERunter-Dings. Hm, ne. Okay. Okay. Gut. Das war dann relativ schnell klar, dass wir da nicht hin müssen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ich meine, ich darf nicht hin. Was für's, was ich da beantwortet? Ja, kommen wir zu dir. Mist! Ach! Wie gesaft! Achtung! Hey, du hast aufpasst sogar, wo du ihn? Mhm. Hm? Oh nein! Wir haben schon so viele Herze. Mist! Was ist das denn? Ja, das mit diesen Tasten, gell? Ja. Ja. Ah, okay! Ich glaube, jetzt kriegen wir dann die Fähigkeit, dass wir das nach oben durchschlagen können. Hoppala! Ich glaub's. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Na geh, die waren doch schon weg. Hm. Ich glaub, du musst einen Moment... Ach so, wir können ja... ...als Huhn nicht. Ah ja, dann schalten wir so rum. Ah ja. Ah ja. Ah, okay. Nee! Gell, falsche Raste. Mist! Warte, warum? Ah, du musst umschalten da oben wieder. Ach! Ach! Warte! Ach, du geh nicht! Ich geh gleich drücken! Ey! Ups! Okay! Ah! 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 Ich glaub, jetzt kriegen wir die Fähigkeiten, dass er aufhetzt. Ich spür's. Ich spür's. Als Huhn oder als Mensch? Ich spür's im Huhn. Alserweise听 jeder! Ah ja! Ah! Okay... Er springt! Schlagen! Festslagen! Nicht treffeln lassen! Ist ja... ich glaub ich jetzt auch nicht treffen... Ich werfen zu dir, ja genau. Achtung. Immerhin. Keine Funktion. So, aber... War doch noch was? Da war gleich nix. Nein. Okay. Nein. Alles klar. Ja, das ist super cool. Sympathischer. Das ist eigentlich nix. Schade, wir brauchen gar nichts zu tun, Schalke. Okay. Was? Weil ich das immer mag. Was? Was? Nicht du. Ah, da ist er wieder. Vorsicht. Genau. Bleib. Mist. Oh. Geh leck. Will doch nur rauf. Danke. Okay. Ach, das geht doch weiter. Ja, da geht's weiter. Okay. Nee. Wie soll... Das geht nicht. Es geht nicht. Ich muss behaupten, das geht nicht. Wie soll das gehen? Habe einfach jetzt, sorry. Ich muss... rauf und dann... Warte. Warte. Was? Wieso bin ich nicht stehen bleiben dann? Ja, weil es sich umschalten ist. Ah ja, wenn ich oben bin, umschalten. Also so... Okay. Wie? Ja, umschalten. Dann... hüpfen. Y drücken zum Rauf. Dann schnell umschalten. Warum hast du dich jetzt... Okay. Entschuldigung. Du meinst du die ganze Welt umschalten hast? Ja, ja. Okay. Es ist zur Exerung. Erstmal hast du das well genug und dann habe ich das falsche getan. Jetzt einmal das falsche getan. Okay. So, also. Ah, das hast du eh nochmal. Easy. So. Okay. Das ist wirklich easy. Komm. Okay. Jetzt um... Was ist das? Das ist... Okay, das ist nur der Anfang. Ich steige jetzt nochmal aus, okay? Okay, das geht schon. Schau her. Einfach da rein springen. Schleich dich. Okay, pass auf. Es geht. Hast du gesehen? Da muss man wenigstens nicht springen. Hast du gesehen? Was? Nein. Dich wegschießen lassen. Also Y drücken. Ja. Dann schnell. Also Y und gleich. Ja. Ja. Bleib mal kurz da. Ja, aber bitte nicht die untere Taste drücken. Ja, ja. Geh noch weiter vor. Genau. Ja. Da, da ab. Und gleich wieder. Also, Y oben und nochmal oben. Y oben. Genau. Genau. Nicht so schwierig, ey. Ja. Okay, mach du was. Warte. Bleibst du stehen? Mhm. Ja. 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 Kommst du auch rauf? Mhm. Nice. Aber komm, ne, genau. Du musst schnell umschalten. Nein, ich war dir das, was du willst. Ah, okay. Gut, also. Ähm. Da-da-da! Da! Yes! Okay, jetzt nochmal springen und umschalten. Easy! Einfach... Jetzt seh ich noch. Hi! Hi! Okay! Okay! Oh-oh! Du weißt, wie danach das aussieht. Mach Kombos ohne Ende. Okay. Na super. Gehst leicht. Ah, die kommen runter. Gut. Schalten wir gar nicht um. Ja, schalten wir mit dem Wahn. Oh, äh... Wähl du mal. Hörst? Wieso kann ich nicht mehr... Was? Ich kann nicht mehr upper-cutten. Ich hab mir ne falsche Taste erwischt. Was? Schnell, y-y-y. Komm her. Schlagen, schlagen, y-y. Ja. Nach rennen, schlagen, schlagen, y-y. Perfekt. 35 km schon, dann kommst du noch mehr. Okay, den müssen wir sicher... Der kommt nicht runter wahrscheinlich. Ja. Doch. Das war nicht die falsche Zeitlinie wieder. Mist, voll reingepft. Okay. Du kannst den wegdashen. Ach so. Durchdashen durch die Waste. Gut gut. Okay. Okay. Okay, weg wieder. Jetzt kommt er wieder mit seiner. Das ist jetzt nicht so schwierig, wie es jetzt da ist. Okay, jetzt. Jetzt bin ich tot, besser... Ja, der auch. Okay. Ui! Was da? Alle müssen noch was links bestehen. Wieso haben wir da nicht... ...dass haben wir... Juhuu! Warte. Juhuu! Okay! Wie viele... Wie viele haben wir denn eigentlich? Wie viele Kombos? Na... Acht von zehn. Na, jetzt haben wir eine Kopfnange. Ja. Aber wir können ja inzwischen was anderes kaufen. Weil wir brauchen ja nicht jetzt 6000 irgendwas. Wie? Mist. Was ist das? Kann man nicht... Oh ja. Ach so, das Hammer... Nein, nicht. Ähm, wir brauchen 6250, das heißt wir können um 2000 ungefähr was kaufen. Was ist das? Was kostet jetzt? Es steckt drei Treffer vorab, der Treffer ist drin. Ah, das ist aber auch gut. Das kaufen wir. Ja. Ah, da brauchen wir noch 2000. Ja, wir können sie jetzt mal kaufen, bis dahin. Bis man in die Treffer kommt, dann haben wir das Geld auch wieder. Hm, okay. Wie du das sagst? Hm, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich. Schauen wir uns jetzt was da oben ist, oder? Ah, da unten ist wahrscheinlich der Tempel. Ja, dann schauen wir uns was drunter. Voll gut, da gibt's voll viele solche geheime Sachen hier. Weißt du, wie das geht? Ja, du weißt immer. Ich hab die falsche Dase drin. Geh bitte! Spächern! Okay. Was? Was? Ah, da brauchst du einen Doppelsprung wahrscheinlich. Ah, schau mal, dass es die gibt. Oh! So kommen wir dann wieder zurück. Doppelsprung. Hoppala! Was? 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 Ich weiß nicht. Ich komme automatisch wieder zu dir. Was? 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 Ich weiß nicht. Ich sehe es nicht. Kannst du irgendwie... Nein! Ich glaube du musst mithupfen einfach. Drei. Eins, zwei, drei! Sorry. Wie? Okay, nochmal. Ah! Nein! Nein! Mom. 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 Ja. Okay. Soll ich wieder rüpfeln? Ja. Okay. Und jetzt. Ah, okay. Okay. Mom. Waaah! Uh. Das hat mir aber Glück gehabt. So. Und so wieder weg. Hm. Was? Oh. Oh. Werfen, 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 werfen. Merfen, werfen, werfen. Merfen. 46. 49. Yes. Ups, sehr gut. Immer werfen, wenn es geht. Irgendein Erfolg hat er freigeschaltet, wenn du es gesehen hast. Gut, schau, 380. Wiii! Gut. Wir können jetzt, also weiter. Ok. Nein. Nein. Sondern? Ja, gleich aufs erste runterdashen. Ah, ok. Nein. 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 Einmal probier's noch dann. Na, also. Oh, oh. Okay. Okay. Nein. Nein. Man muss halt nur... Beim Hinauf, sonst geht's nicht. Nein. Ich fahr gleich drüber, also das geht auch nicht. Nein. Hopp. Es geht eh nur in die andere Richtung. Ok. Genau. Das ist so lustig. Oh, das sind die besten Räume. Oh, geht's noch nach rechts noch? Nein, ich hab geschaut. Ok. Rosato. Werfen, werfen, werfen. Werfen, alles werfen. Wir haben ja 30, ok. Jetzt runter. Ja. Jetzt schauen wir uns an. Ja. Vorher kommen wir da eh noch nicht weiter. Ok. Da kommen wir durch. Sonst komme ich nicht weiter. Schau dir jetzt auch weiter. Oh, Moment. Ja, genau. Ich schalte mal ganz um. Ok. Ok. Das heißt, wir müssen so kommen, nicht runter. Warte, ich probier's. Dann. Warum lassen wir uns nicht so runter? Weil ich nicht weiß... Ja, ok. Du kommst so runter, natürlich. Jetzt? Na, du weißt schon. Aber du musst ihn wieder umschalten. Ok, ok. Pass auf. Ich probier's. Nein. Woher? Ja. Eh ganz ohne. Kommst du zu mir? Nie. Und dich runter lassen. Einfach hüpfen. Und dann rauf daschen. Und dann wechseln. Oder so. So, pass auf. Jetzt müssen wir... Im Flug wechseln. Pass auf. Jetzt mal... Ups. Ich muss... Bitte nicht sterben, wenn ich da bin. Ok. Ist mir zu wenig weit. Höher muss ich. Ok, das war gut. Jetzt... Weeg. Ok. Fuck. Zu wenig Zeit. Na. Ach. Wie soll das gehen? Ich komme nicht zu weit. Und sich hupfen und dann... Ok, warte. Oh ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Aber die Kombo haben wir uns eh behalten. Weil wir dürfen getroffen werden. Jetzt wäre mal etwas äußerst praktisch. Ohhhh. Warte. Ist noch irgendwas... Gefährliches? Ohhhh. Ohhhh. Was haben wir denn hier? Hey. Hast du je einen Polo Schuss ausgeführt? Und dir gedacht? Warum hänge ich nicht gleich eine zweite? Ja. Du wirst es nicht glauben. Das ist möglich. Fühl dich nicht schlecht? Ich habe auch nicht sofort daran gedacht. Doppelter. Oh ja. Schutt. Cool. Als das praktisch das ist. Ne. Ahhhh. Ok. EIN Tea. Hehehe. 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 Geil. Miss gets here. Hehehe. 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 Wie schlecht hat er... Das ist der, du musst die immer umschalten. Okay. Da, okay. Warte. Ah, weiter. Aber gut. Ich hab's noch voll drauf. Ja, ich wollte es auch probieren, aber ist egal. Okay. Hast du jetzt nachgedacht? Ja. Okay. Da kann mir noch nichts passieren. Warte. Nein, okay. Darf ich mal probieren? Deswegen? Nein. Nein. Ich kann mal probieren. Na, ich probier's? Wir sehen wohl, ich kann eh nichts passieren. Nein, okay. Wir kommen immer wieder da raus. Ähm. Okay. Okay. Und dann musst du dann eben noch einmal. Cool. Das ist das ich nicht hab. Das wird das wahrscheinlich um einige Stunden länger dauern. Ach. Wie jetzt? Was? Darf ich kurz die Münze ohne weg? Ja. Okay. Was? Das ist wieder schleimig. So. Bob. Bob. Okay. Mach's auf. Ich weiß. Was? Was? Nein. Boah. Du musst den anderen noch einmal. Ja schleich dich. Nein. Nein. Warte. Nein. Jetzt haben wir noch einmal wechseln. Oh, Alter. Dreimal wechseln. Vor wechseln, da wechseln und dann noch einmal wechseln. Warte. 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 Am nächsten Mal. Okay. Die Folge ist eh schon wieder zu Ende. Gerade im Hühnertempel. Sieke zack ihr Hühnertempel. Die Folge ist zu Ende. Ja. Ähm. Ich würde sagen. Danke fürs Zuhören. Mhm. Ich find's voll lustig. Ich bin voll motiviert. Kannst du weitermachen. Okay. Ja dann. Das ist immer so brav. Alles löst. Ja sehr gerne. Sehr gerne. Na gut. Um. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.